So, namenlos Tal, kommend von Stanzach. Stanzach, 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 kommend von Stanzach. Das ist übrigens ein Teer, den ich nicht mag. Ich bin jetzt seitdem die neue Teer-Decke da drauf ist, dreimal ist nahmenlos gefahren. Und ich weiß nicht... Es gibt ein, zwei Stellen hier, wo dieser Teer nicht so viel Grip hat. Und ich meine, wenn du mit einer 100 CBF 600, nicht 1000, Grip, Probleme hast. Auf so einer Strecke? Ja. Dann passt irgendwas nicht. Ich meine, klar. Natürlich werden sie jetzt hier kein Rennstrecken-Teer hinmachen. Die wollen natürlich die Leute auch ein bisschen entsparenlegen, ist logisch. Aber es ist jetzt meiner Meinung nach auch nicht sicherheitsfördernd, wenn du einen Teer zum Entschleunigen drauf machst, der aber bei minimaler Feuchtigkeit nicht mehr so viel Grip bietet. Ich zweifle noch im Gesetze. Das ist der große Wasserfall. Das ist der Waden, der uns zum Entschleunigen sichererten. Das ist der Nummer queste. Die Hölle Maschflöcke und die Gehirn schläutig. Die Hölle Maschflöcke ist ein bis, das ist der Waden, ich kann sie nicht mehr tun. 熟esteine Tastigkeiten, Sie zerstören. Natürlich, hier auf dem Kurvenabschnitt muss das natürlich so ein Auto kommen. Das ist ein Auto, das ist ein Auto, das ist ein Auto. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich will noch die Berge gucken, ist schon geil. Na gut, abwärts und dann heimwärts. Ich mag das namenlos und die Berge hier. Besonders, klar, es wird jetzt bestimmt ein paar Leute geben, die da allergisch drauf reagieren, aber ich finde, seit der 95 dB Beschränkung sind hier einfach viel weniger Idioten unterwegs. Und das macht mich jetzt nicht wahnsinnig traurig, muss ich gestehen. Alles war früher teilweise nicht sehr angenehm, namenlos zu fahren. Ohne sie jetzt beleidigen zu wollen, ich sage einfach, die Knieschleifer-Fraktion oder die, die es mal werden wollen, haben das hier einfach alle übertrieben. Und mich wundert es, dass ich von so wenigen tödlichen Unfällen nur namenlos gehört habe. Also, aus irgendeinem Grund, weil ich meine, es geht da ja auch ein Stückchen runter, ne? Ist ja nicht so, es ist das namenlos, irgendwie nur so ein Dächeln da, ne? Wundert mich wirklich, dass die meisten Unfälle da nur mit normalen Verletzungen ausgehen. Nein. Nein. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wenn du da im Tal wohnst, bist du eigentlich auch echt der Depp. Ich weiß nicht, wie viele Schattenmonate du da im Jahr hast. Ich könnte mir nicht vorstellen, da freiwillig zu leben. Ich weiß nicht, wie viele Schatten. Ich weiß nicht, wie viele Schatten. Ich weiß nicht, wie viele Schatten. Ich weiß nicht, wie viele Schatten und die Schatten. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt ist eigentlich nur noch die Schnellstraße bis heute. Da mache ich jetzt erstmal nochmal aus, gibt es jetzt nicht viel zu sehen dabei, außer Stau.